der sachs 100x sekunden aus aller so hier ohne gegner der kick aus dortmund korsa gsi mit doch jetzt kommt ein gegner gegen 316 so hier vorne xe natürlich drin der einzig wahre motor original gab es hier nur mit 1600 die gsi also echter korsa gsi leistung und die leistung beim kiki im korsa ist fast serie aber der dreier läuft gar nicht schlecht